der neue kusama canyon aero auch bekannt unter seiner typenbezeichnung xc 20 ist ein token der wirklich überall zu hause ist nicht nur im polka dot js wallet auf kusama sondern auch auf moon river in metamask und womöglich bald verfügbar auf anderen kompatibel blockchains wie zum beispiel polygon phantom oder avalanche wer weiß wenn die token bridges das unterstützen dann kann dieser token im gesamten ökosystem eingesetzt werden und in einiger zeit wird eine polka dot version des tokens rauskommen der xc dort der dann verfügbar ist nicht nur auf dem polka dot js wallet sondern auch unter moon beam und von da aus dann möglicherweise übertragen werden kann in das restliche ethereum ökosystem und man muss sich einfach mal klar machen was das ganze bedeutet das bedeutet dass also tokens die auf polka dort laufen die da herausgebracht werden einfach so kompatibel sind mit der restlichen welt nämlich mit dem gesamten ethereum ökosystem und das wird ermöglicht durch ein feature von polka dort beziehungsweise kusama das nennt sich xcmp cross chain messaging protocol das es ermöglicht einfach so nachrichten zwischen den verschiedenen power chains auf polka dort hin und her zu schicken und klar assets und geld das ist auch nichts anderes als information und information kann man übertragen über nachrichten also werden assets und tokens übertragbar zwischen den verschiedenen block chains zwischen den verschiedenen power chains von polka dort und von kusama und weil es eben ethereum kompatible power chains auf kusama gibt werden damit im grunde theoretisch alle tokens die auf polka dort und auf kusama verfügbar sind auch kompatibel mit ethereum und das ist ein riesengroßer fortschritt wenn man jetzt kusama tokens hat dann kann man das ganze schon mal ausprobieren und zwar indem man sie aus seinen kusama tokens xc ksm tokens macht diese dann auf moon river einsetzt unter anderem zum beispiel hier auf sen link sen link ist ein exchange auf moon river unter anderem es gibt noch andere blockchains wo sen link verfügbar ist und man sieht hier direkt links oben bei sen link man kann hier zwei wallets mit diesem mit dieser börse mit dieser seite verbinden unter anderem das polkadot.js wallet hier oben und dann eben auch metamask darunter beides kann man gleichzeitig verbinden und hier kann man den neuen xc ksm token einlegen in einen pool kombiniert mit usdc bekommt hier rewards in höhe von ungefähr 125 prozent pro jahr das ist eine feine sache und warum nicht jetzt einfach mal zusammen ein investment strukturieren und mal sehen wie wir reinkommen und dabei ein bisschen ausprobieren wie funktioniert dieser xc ksm eigentlich in der praxis auf der einen seite brauchen wir also ksm tokens die wir dann irgendwie umwandeln in xc ksm und auf das ganze eben auf moon river moon river hier das wallet ist schon eingerichtet und die frage ist jetzt als erstes mal wo kriegen wir diese xc ksm her beziehungsweise die kusama tokens und ich habe noch von einem alten video vom letzten sommer als ich in die kusama crowdloans investiert habe ein paar kusama tokens übrig in meinem polkadot.js wallet das hier ist das polkadot.js wallet und das ist jetzt noch eingestellt auf polkadot und für diejenigen die jetzt nicht wissen wie man eigentlich hier mit kusama arbeitet statt mit polkadot das ist ziemlich einfach man schaltet das polkadot wallet um von polkadot auf kusama das findet sich also hier in der liste ich zeige es nochmal hier oben links ist ja steht ja polkadot wenn ich das aufklappe dann kann ich hier runter scrollen und dann kommt hier unten der teil von kusama kusama and parachains wenn ich das aufklicke dann sehe ich hier die ganzen parachains die auf kusama laufen unter anderem moon river karura und so weiter und hier oben als erstes findet sich die kusama relay chain die blockchain von kusama wenn ich die anklicke dann kann ich hier mit switch umschalten dann verändert sich auch die farbgebung des gesamten wallet es wird nämlich schwarz und sieht eben aus wie kusama weil hier dieser schwarze rabe ist der ist in diesem fall natürlich weiß aber wenn die farbe hier schwarz ist dann muss der rabe natürlich weiß sein sonst sieht man ja nur den schwarzen raben auf den schwarzen balken also gar nicht und hier sehe ich jetzt meine accounts nicht und das liegt einem einer ganz einfachen angelegenheit und zwar ist das polkadot.js wallet die browser erweiterung hier noch eingestellt auf polkadot das sehe ich jetzt hier daran dass dieses violett oder magenta oder was das ist zu sehen ist polkadot und das muss ich noch umstellen auf kusama indem ich das hier aufklicke hier unten also nochmal hier die drei knöpfe also die drei punkte unter polkadot anklicken dann geht hier dieses menü auf und hier ist ein drop down und wenn ich hier auf kusama umstelle das mache ich jetzt bei dem anderen wallet ebenfalls dass ich hier eingerichtet habe dann sind die ist die browser erweiterung schon mal auf derselben block chain wie eben auch diese webseite hier und wenn ich dann die seite neu lade dann werden auch die kusama accounts richtig angezeigt und da habe ich noch 15 kusama tokens übrig vom letzten sommer und die möchte ich jetzt ganz gerne rüber schicken zu moon river als cross chain ksm xc ksm die kusama tokens kann ich von hier aus nicht einfach so rüber schicken zum beispiel mit dem send knopf das geht nicht so weil das ja hier das polkadot.js wallet ist und man muss es ja irgendwie rüber kriegen zum meter mask und die beiden reden nicht direkt miteinander das ganze geht über die moonbeam app beziehungsweise die moon river app von moonbeam die findet ihr unter moonbeam.network indem ihr hier auf launch app klickt und es ist sehr gut wenn ihr vorher euer meter mask wallet schon auf moon river eingestellt habt sonst habt ihr nachher noch so ein paar umstellarbeiten also am besten direkt auf moon river einstellen und dann die app starten das ist besser als wenn man es andersrum macht geht aber natürlich auch ist ein bisschen fummeliger also ich gehe hier auf die auf launch app meter mask verbindet sich dann automatisch mit der moon river app hier gibt es eben auch eine moonbeam app und hätte ich mein meter mask auf moonbeam umgestellt eingestellt dann wäre ich jetzt bei moonbeam gelandet und müsste dann noch umstellen und so kann man sich ersparen diese ganze klickerei indem man direkt von vornherein auf moon river ist wenn man hier auf diese moon river app möchte und hier bei der moon river app finden sich die cross chain assets und ach sieh mal einer an jetzt ist ganz neu das ist wirklich heute erst passiert gibt es nicht nur den cross chain ksm token sondern es gibt auch den cross chain rmrk rmrk ist ein ein metaverse projekt glaube ich und das der token heißt dann eben rmrk gehen wir doch einfach mal schauen wir doch einfach mal nach was ist denn rmrk ich meine das wäre so ein metaverse gaming projekt gewesen genau hier unten ist es ja genau und so ein nft projekt und hier ist das ganze zu sehen also so sieht rmrk bald aus und der token diesen token kann man also jetzt auch schon auf moon river einsetzen obwohl es eigentlich eine kusama paratrain ist wir möchten jetzt aber hier den cross chain ksm rüber schicken und das ist das geht folgendermaßen ich gehe hier auf deposit muss hier jetzt mein polkadot js wallet verbinden weil klar die kusama tokens sind ja noch in meinem polkadot wallet drin hier ist mein account hier sind meine beiden accounts die ich hier parallel laufen habe ich wähle also das richtige account aus und trage dann hier die anzahl der ksm tokens ein die ich übertragen möchte ich hatte 15 im wallet ich nehme jetzt aber nur 10 mit rüber wer weiß vielleicht brauche ich ja die anderen fünf ksm noch für was anderes und dann klicke ich hier auf send muss jetzt hier eine kusama transaktion abschicken damit die tokens aus meinem polkadot wallet rausgehen diese ganze transaktion die dauert ungefähr würde ich sagen 15 20 sekunden und anders als bei token bridges zum beispiel sind die tokens jetzt schon vorhanden die sind jetzt schon da also das heißt wir müssen jetzt nicht so und so viel confirmations oder transaktions bestätigungen und so weiter abwarten und wir müssen auch nicht warten bis die tokens dann durch die bridge sind was ja immer so ein bisschen so ein unsicheres gefühl ist weil die token sind auf der einen seite weg auf der anderen seite nicht mehr da und noch nicht da meine ich und man weiß einfach in der kurzen zeit nicht genau hat das geklappt oder nicht und so weiter und das alles gibt es hier nicht sondern die tokens sind quasi in dem moment wo diese transaktion bestätigt ist schon im metamask wallet drin ich kann sie nur noch nicht sehen dafür muss ich erst mit add to metamask den token in metamask importieren also add to metamask bedeutet nicht dass ich jetzt hier drauf klicken muss damit die tokens bei moon river ankommen sondern es bedeutet einfach nur ich muss die anzeige der tokens in metamask aktivieren also den token importieren heißt das ja bei metamask dann ich klicke hier drauf hier bekomme ich jetzt eine warnmeldung dass ich den schon hinzugefügt habe weil ich habe das ganze ja vor dem video auch ein zwei mal ausprobiert um hier nicht irgendeinen unsinn zu erzählen also klicke ich jetzt hier auf token hinzufügen und dann ist dieser token der xt ksm in meinem metamask zu sehen unter assets wenn ich hier in der liste runtergehe müsste er irgendwo auftauchen und da ist er auch der xt ksm ungefähr 10 xt ksm habe ich hier der kleine rest der dahinter ist der stammt aus irgendwelchen aktionen von vorher als ich das ganze getestet habe 10 ksm also wirklich das ist das was jetzt passiert ist kusama tokens die eigentlich überhaupt nichts mit ethereum zu tun haben sind jetzt in metamask drin und ich kann damit arbeiten ich habe jetzt also die 10 xt ksm schon hier verfügbar unter anderem auch auf sendling pro das auf moon river läuft und bei sendling pro kann ich also jetzt hier die einlage machen ich bräuchte theoretisch noch usdc ich möchte aber noch kurz sagen es gibt eben auch noch einen anderen pool der mover xc ksm diesen pool kann man ebenfalls nutzen wenn man mover tokens hat der unterschied zwischen den beiden ist einfach hier ist die hälfte stable coin die apr ist entsprechend höher dafür der an hat der andere pool ein größeres potenzial im wert zu steigen denn man ist ja hier gebunden an die kurse von dem mover und von kusama wenn sich also beides nach oben entwickeln sollte wenn beides mal irgendwann wieder nach oben geht dann wird also die der wert eure einlage entsprechend steigen man kann sich das ganze natürlich vorstellen auch wie so ein index von oder sowas sowas ähnliches wie jetzt der dax oder so denn das ist jetzt aber ein sehr kleiner index nämlich er besteht nur aus zwei assets nämlich dem mover und dem ksm man investiert quasi gleichzeitig in beide und je nachdem wie sich die kurse entwickeln geht also der wert der einlage hoch oder runter oder er bleibt stabil je nachdem also wenn sich mover und xc ksm also mover und kusama in unterschiedliche richtungen bewegen dann kommt es eben darauf an welche bewegung stärker ist dann sinkt oder fällt entsprechend eure einlage das also im grunde ein index aus zwei verschiedenen werten und wenn man einen stable coin da drin hat dann ist natürlich das aufwärtspotenzial geringer aber das abwärtspotenzial eben auch ein bisschen geringer aber dadurch dass man den kusama token da drin hat besteht natürlich die gefahr dass die einlage wenn man die hier macht durch den kusama token eben auch im wert sinkt so wenn ich jetzt in diesem pool reingehen möchte dann müsste ich theoretisch usdc tokens haben die habe ich nicht in meinem wallet drin ich habe stattdessen mit tokens und da geht es also dann die möglichkeit den mim entsprechend umzutauschen umzutauschen es gibt einen stablecoin swap auf auf moon river der heißt one swap und hier kann man also stablecoins swappen unter anderem könnte ich jetzt den mim hier in den usdc umwandeln ich habe 2999 mim tokens die da bekäme ich also meine 2500 usdc auf jeden fall irgendwie raus und diese könnte hier einlegen jetzt bei zen link gibt es aber ein feature das sehr finde ich sehr cool ist und zwar wenn ich hier auf add liquidity klicke also hier meine einlage machen will dann muss ich hier diese beiden tokens einlegen wenn ich jetzt hier also diese xd ksm den betrag hier drunter anklicke dann sehe ich ich brauche 2500 5 usdc die habe ich nicht was kann ich hier machen ich kann auf single token gehen kann sagen ich möchte meine 10 xd ksm einzahlen und sen link verteilt dann die 10 xk xc ksm auf beide auf beide assets das heißt also wenn in der mitte geteilt die hälfte bleibt in xd ksm die andere hälfte wird automatisch umgewandelt in usdc so dass meine einlage entsprechend passt dadurch ist hier natürlich nur halb so hoch wie in der anderen variante weil ja die 10 xd ksm in zwei teile geteilt werden und dann kann ich hier mit dem knopf supply direkt in den pool rein das wäre so die eine möglichkeit dass natürlich die aller aller einfachste möglichkeit ihr besorgt euch die kusama tokens zum beispiel bei kreken kann man die kaufen oder bei beinance und übertragt die in euer polka.js wallet von da aus dann über die moonbeam app also moon river app bei moonbeam als xd ksm hier rein hier einfach einlegen als single token schon ist man in dem pool drin egal wie ihr jetzt eingezahlt habt ob ihr das jetzt über die single token variante oder über die asset kombination gemacht habt ihr müsst auf jeden fall noch staken eure einlage staken ansonsten gibt es keine rewards dafür geht man hier nochmal auf earn sucht sich den pool raus klickt hier auf more und dann gibt es hier den knopf stake und dann legt ihr quasi eure einlage in staking ein und erst dann gibt es rewards also mit dem stake knopf hier dann klicke ich die gesamtzahl an lasst euch von der zahl hier nicht irritieren die entspricht nicht wirklich eurer denn den werten die ihr bei der einlage gesehen habt das ist einfach nur irgendeine zahl die repräsentiert euren anteil an dem pool an allen einlagen in dem pool und legt einfach alle tokens ein die ihr habt indem ihr hier auf dieses kleine symbol klickt und dann auf stake die transaktion muss noch bestätigt werden und sobald diese transaktion dann verarbeitet wurde sind eure tokens gestaked und ihr bekommt eben einen anteil an den rewards die hier jeden tag ausgeschüttet werden und das entspricht dann einer jahresrendite von 125 prozent die aber durchaus schwanken kann denn ihr bekommt eure rewards in form des zlk also des senlink tokens der hat ja auch einen eigenen kurs das bedeutet also wenn der kurs des senlink tokens rauf oder runter geht dann wird eben der wert eurer rewards auch schwanken und außerdem ist es so dass hier bei senlink eben die rewards auch nur alle paar tage ausgeschüttet werden hier in diesem fall also in sieben tagen und 21 stunden dann bekomme ich erst meine rewards und dann kann ich die abholen alle auf einmal das ist also auch zu bedenken das heißt also wenn der senlink kurs jetzt sinken sollte über die zeit dann wird meine apra entsprechend nicht mehr so hoch sein wie hier angezeigt wird es kann natürlich aber auch besser laufen senlink kurs geht nach oben und dann wird die apra eben auch steigen das ist die eine variante und die andere variante wie das ganze schwanken kann besteht natürlich darin dass mein pool anteil sich verändert klar natürlich dadurch auch dass ich ein oder auszahle dass ich entnehme oder neu einzahle aber viel wahrscheinlicher ist es natürlich dass mein pool anteil sich verändert dadurch dass sich die gesamteinlage des pools ändert also der gesamtwert des pools wenn andere leute jetzt kommen und viel einlegen in den pool auch dann wird die apra runtergehen weil meine rewards sind ja immer nur ein anteil von diesen feststehenden 1661 sendling pro tag wenn also viele leute viel einlegen dann bekomme ich einfach weniger ab von diesen sendling tokens und wenn dann auch noch der kurs fallen sollte das ist natürlich der worst case szenario wird die apra entsprechend sinken ich kann aber jederzeit aus diesem pool raus das mache ich hier mit dem redeem dann bekomme ich auf jeden fall meine tokens zurück erstmal also unstaken mit redeem und wenn die transaktion dann verarbeitet wurde dann muss ich hier noch auf pool klicken dann sehe ich hier meine einlage muss hier auf remove klicken 100% der tokens entnehmen klick auf remove und dann kann es sein dass sich die zusammenstellung dieser beiden zahlen hier verändert hat denn das ganze hängt einfach davon ab wie viel tokens in pool sind wie sich die werte verändern es kann also sein dass man mit weniger xc ksm aus dem pool raus geht dafür bekommt man dann eben mehr usdc und umgekehrt kann natürlich auch sein dass man mehr xc ksm bekommt das hängt einfach von der kursentwicklung ab wie gesagt es ist ja im grunde so eine art indexfond und der wird also im prinzip die zusammensetzung dieser pool assets entsprechend anpassen das ganze ist jetzt technisch extrem vereinfacht in wirklichkeit steckt was ganz anderes dahinter aber ich finde diese analogie zu dem indexfond immer ganz hilfreich um sich klar zu machen was hier eigentlich im grunde im hintergrund passiert also ich nehme ich mache jetzt die entnahme die auf bestätigen und jetzt gleich kommen dann erst die assets in mein wallet und sobald die transaktion durch ist habe ich also die assets jetzt in meinem wolle zurück hier sind die usdc tokens und da sind die xc ksm wenn ihr über die single asset variante da reingegangen seid dann habt ihr natürlich jetzt quasi trotzdem die kombination aus den beiden tokens und dann könnt ihr ja über den swap im grunde eure ausgangsbalance wieder herstellen indem ihr entsprechend hier dann ein swap durchführt und euch eure xc ksm dann zurückswappt von usdc so und jetzt gucken wir uns noch den rückweg an wir haben also jetzt unsere xc ksm im wallet drin und wollen wieder die umwandeln in kusama und ins polkadot wallet tun das ganze geht dann eben über die moon river app auf moonbeam hier in der moon river app auf moonbeam network gehe ich dann wieder hier unten zu den cross chain assets gehe hier auf withdraw trage hier meine zehn tokens ein und hier muss ich meine kusama adresse angeben die finde ich in meinem polkadot wallet ganz wichtig dabei polkadot wallet polkadot jswollet das muss umgestellt sein auf kusama also nochmal hier mit diesen drei punkten hier in der liste kusama auswählen damit die adresse hier entsprechend die richtige ist die kopiere ich mir füge die hier ein gehe dann auf send und jetzt muss ich eine transaktion in metamask bestätigen auf dem hinweg musste ich die bestätigen im polkadot jswollet ist ja logisch weil erst kamen die assets vom polkadot jswollet rüber zu moon river jetzt kommen sie von moon river rüber wieder in polkadot jswollet das heißt der absender ist und sobald diese transaktion durch ist wird sich diese zahl hier auf null reduzieren da ist es auch schon passiert und dann kann ich in meinem polkadot jswollet auf der seite nachschauen ob die assets wieder da sind und da sind die assets dann auch in meinem wallet angekommen hier sind wieder die ursprünglichen 14,9 ungefähr 15 kusama tokens die in diesem die hier vorher in dem wallet drin waren also ich muss sagen das cross chain feature von polkadot und beziehungsweise von kusama das finde ich läuft ziemlich rund gerade das ist eine sache die auch sehr viel angenehmer ist als die token bridges denn token bridges brauchen immer so 10 bis 20 30 minuten um die assets hin und her zu transferieren es gibt auch nicht immer jede kombination die geht das hier wirkt dagegen wesentlich einfacher und wenn man dann auch noch als bonus bekommt dass die kusama tokens im gesamten ethereum ökosystem zur verfügung stehen zumindest in der theorie es hängt natürlich davon ab was die bridges dann davon unterstützen dann ist das schon eine ziemlich gute sache und ich bin persönlich ein bisschen skeptisch ich glaube nicht dass die anderen blockchains und dass die bridges viel von kusama als den ksm speziell irgendwann anbieten werden dass man dann den ksm zum beispiel auf phantom oder auf avalanche oder so verwenden kann ganz ehrlich glaube ich wirklich nicht weil wo läge da irgendwo der nutzen für die aber natürlich wenn irgendwann der richtige token um die ecke kommt das richtige projekt das sehr beliebt ist dann wird es sicherlich auch irgendwo eine möglichkeit geben diese assets cross chain von polkadot zu ethereum rüber zu kriegen und da weiter zu verarbeiten und daran sieht man auch es kommt wirklich überhaupt nicht darauf an wer jetzt den besten token hat mit den tollsten features oder wer dessen wo der token am meisten steigt oder so für das ökosystem selber kommt es absolut darauf an wo kann man den token alles einsetzen an welchen stellen mit was ist er kompatibel vernetzung steht ganz oben cross chain ist quasi das thema des jahres 2022 das glaube zumindest ich und deshalb finde ich das hier super interessant außerdem kann ich natürlich total empfehlen wenn ihr jetzt auf der polkadot schiene seite beschäftigt euch einfach ein bisschen mit kusama kauft euch mal ein zwei kusama tokens zum beispiel auf kraken kann man die holen dann rüberholen auf hier in das polkadot js wallet ich habe ja gerade eben gezeigt wie man das umstellt man muss eigentlich nichts neu einrichten wenn man auf polkadot ist und experimentiert einfach mal mit dem kusama ökosystem in dem ihr zum beispiel auf moon river ein bisschen was macht und dann habt ihr im grunde die nase vorn wenn es später auf polkadot mit denselben features losgeht also ich wünsche erstmal alles gute viel spaß bis dann tschüss 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 Vielen Dank.